Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Es ist Mittwoch und wir machen heute nichts. Wie immer. Wir waren gestern schon, ja vielleicht machen wir gleich ein Minigolf. Gestern waren wir eben in München, haben wir eine Sonnenbrille abgeholt. Wir waren aber auch nur wirklich eben hingefahren, Sonnenbrille abgeholt und wieder nach hier gefahren. Beziehungsweise wir sind dann noch nach Schöngau gefahren, einkaufen und dann noch einmal eine Runde kurz durch Füßen gelaufen. Aber da nehmen wir euch auch die Tage noch mit hin, da fahren wir nochmal hin. Und ja, hier ist soweit alles ready. Wetter ist so, ja, was soll ich euch sagen. Also es klart so langsam auf. Es war heute Morgen alles super, super nebelig. Aber es wird langsam besser. Heute Nachmittag soll es regnen. Ich hoffe, dass es das nicht tut, weil Henry ja schon gesagt hat, wir wollen Minigolf spielen gehen. Und ja, auf jeden Fall wollen wir jetzt gleich erst nochmal Kuchen backen. Im Opti-Grill. Ob das klappt, weiß ich noch nicht. Was machen wir für einen Kuchen? Hier, sag mal, was machen wir für einen Kuchen? Mandarinen-Kuchen. Mandarinen-Kuchen? Ja, irgendwie sowas. Muss ich ihm ein Rezept nachgucken. Wir machen Mandarinen-Kuchen. Muss ich ihm ein Rezept nachgucken. Aber Sarah wird ihn nachher machen. Und wir filmen das dann einfach, wie Sarah den macht. Und dann wisst ihr auch nachher ganz genau, was das wird für einen Kuchen. Und wir haben dafür auch schon alles da. Heute Mittag wollen wir Steak essen. Mit Blumenkohl und Sauce Hollandaise. Ja, Blumenkohl ist ja Gemüse. Und ein paar Kartöffelchen. Und deshalb fahre ich jetzt nochmal Just Einkaufen. Ich schnapp mir jetzt mein Fahrrad. Und fahre dann einfach zum Supermarkt. Und lass das Auto jetzt mal stehen. Der Tank ist eh leer. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch tanken. Und jetzt fahre ich mit dem Fahrrad. Ja, ich fahre wirklich mit dem Fahrrad. Willst du mitfahren? Nein. Nein, ich will nicht mitfahren. Aber ich fahre jetzt in alle Ruhe mit dem Fahrrad. Ein bisschen die frische Luft genießen. Und die tut nämlich echt verdammt gut. Und dann sehen wir uns nachher hier wieder in der Küche zu Sarah kocht. Beziehungsweise zur Kochsendung. Genau, zur Kochsendung. Also, bis später. Ihr Lieben, ich bin zurück vom Einkaufen. Wir haben alles hier für unseren Mandarinenkuchen im... Ich könnte es noch gar nicht so sehen. Im OptiGrill. Also, das ist hier der OptiGrill. Da, da, so. Also, Sarah weiß jetzt Bescheid, wie es geht. Wie geht es? Ja, ich hoffe es. 120 Gramm Zucker hätte ich gerne. Okay, also, wir machen jetzt erstmal hier unser Ding an. Hier unsere Waage. Und jetzt haben wir hier so ein bisschen Zucker. 120 Gramm hast du gesagt. Ja. Damit wir noch fetter werden. Das ist ganz schön viel. Das ist wirklich sehr viel. So. So, haben wir. Und dann brauchen wir... Quark. Quark. Quark haben wir auch. Ist auch noch haltbar. Also, den können wir noch verwenden. So. Quark. Da rein, ja? Mhm. So, Leute. Also, der Quark muss da rein. Der Quark will ja nicht rein. So. Ja, eigentlich will ich das nicht so gerne mit einem Löffel. Und manchmal ist das... Da muss ich so sagen. Manchmal haben wir Glück und dann fällt der da richtig so schön rein. Manchmal haben wir kein Glück. So, und das Rezept ist nicht von uns. Das Rezept ist von... Äh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, das Rezept ist nicht von uns. Wir klauen das auch nicht. Wir schreiben euch auch nicht. Ja, ihr seht ja, wie es geht, ne? So. Also, den Quark da rein. So, jetzt haben wir es auch gleich. Ist das nicht eine schöne Beschäftigung im Urlaub? So. Anderthalb Tüten Puddingpulver. Anderthalb Tüten Puddingpulver. Haben wir auch. Ist das dasselbe Puddingpulver von der selben Firma? Ja. Ist es. Das ist nicht geil. So, Leute. Also. Anderthalb. Hauen wir jetzt erstmal ein ganzes da rein. Und dann hoffen wir, dass wir die Hälfte finden. Aber wir können auch das Ganze da reinmachen. Das ist auch nicht scherzegal, oder was? Ich will auch. So, Henry will auch mitkochen. Jetzt müssen wir mal echt gucken, ob wir die Hälfte da rein kriegen. Ich koche. Gefühlt vom Gewicht ist es die Hälfte. So, okay, haben wir. Zwei Eier. Eier. Zwei. Die ganz linken, ja? Ja. So, wir sollen die ganz linken nehmen, hat die Chefin gesagt. Weil das sind die ältesten. Denn, so, machen wir das doch mal. Schwupp, Eier zwei. Und einen guten Spritzer Zitronensaft. Toll. Ja. Haben wir mal irgendwie so einen Tüchler. Ach komm, nehmen wir Zeva. Wir schon weg. Hallo. Ich bin ja echt gespannt, ob das was wird. Ich habe ja schon das Gefühl, das wird nichts. Müssen wir den vorheizen. Was hast du gesagt? Wie viel? Einen guten Spritzer. Wird schon schmecken. Und jetzt alles zusammen. Und wenn nicht, hier, ist Ette schuld, ne? So, dann rühren wir mal. Wir rühren, wir rühren. Und wir rühren den ganzen Tag. Wie lange müssen wir das rühren? Fast eine Minute. 30 Sekunden, bis 2,5. Also bis alles fluffig ist. Ja, dann sag doch, dass wir das 2,5 machen müssen. Macht volle Pulle. Ist das fluffig, ne? Ja. Die Mandarinen abschütten. So, jetzt müssen wir die Mandarinen abschütten. Ja. Und dann... Ich habe gar keinen Platz. Die Mandarinen da rein? Erstmal abschütten und dann... Okay, Leute. Wir kommen das jetzt erstmal hier weg. Sonst habe ich nämlich gar keinen Platz mehr. Lecker. Ja, aber wir packen das nicht rein. So. Ich darf nachher als erstens probieren. Also das weg. Das weg. Die Eier weg. Ich leg das mal da auf den Tisch da. So, der muss auch noch weg. Und ob das Ganze schmeckt. Das werdet ihr natürlich nachher sehen. Nee, 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 nee. Nachdem wir dann auch noch... Wir müssen gleich wieder nach Schönlau fahren. War heute ja eigentlich gar nicht geplant. Aber... Kann ich ein Baby sein? Da Henry ja meinte, er müsste mit seinem... Er müsste mit seinem... Wir müssen nichts auffangen von dem Saft, ne? Äh, warte. Mandarinen abschütten und unterrühren. Nein. Okay. Dann machen wir das mal. Ja, auf jeden Fall, da Henry ja meinte, er müsste mit seinem Fahrrad immer Vollbremsung machen. Mit dem Hitlerreifen. Ist jetzt natürlich der Reifen so weit abgefahren an einer Stelle. Ob das jetzt davon kommt, weiß ich nicht. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Dass jetzt der Reifen schon wieder platt ist. Also können wir gleich wieder nach Schöngau fahren. Sobald die Werkstatt aufmacht um 14 Uhr. Ja. Und den kompletten Reifen tauschen lassen. Ich habe natürlich jetzt auch nichts mit. Ich kann auch jetzt kein Reifen auseinander bauen hinten. Deshalb müssen wir jetzt nach Schöngau fahren und das machen. So. Jetzt haben wir die da drin. Jetzt schmeißen wir die Mandarinen da rein. So, jetzt kommen die Mandarinen da rein. Aber nicht alle. Ich muss noch welche oben drauflegen. So, komm, die restlichen legen wir da oben drauf gleich. So, Achtung. Löffel. Kann mir jemand das Wasser geben? Hm, kannst du super farben, Schatz. Ja, geh mal an der Seite. So, setz dich da hinten auf die Ecke und dann kannst du Wasser trinken. So, jetzt heben wir das hier noch unter. Also, so sieht es jetzt aus. Sieht doch ganz cool aus. So, und haben wir jetzt gesagt, ob die jetzt vorglühen lassen oder nicht? Nee, steht da nicht. Also, Alkert, alles da rein, ja? Gut, ich mach jetzt alles da rein. Ja? Ja. Okay, wir machen jetzt alles da rein. Also, ich glaube ja nicht, dass das funktioniert. Aber wir haben extra eine Backschale dafür. Nicht Fetten steht auch extra drin. Nee, haben wir nicht. Mal gucken, ob wir das Ding dann eine Heilbaut rauskriegen. Ja. So, nochmal alles zusammenkratzen. Das ist richtig gut. Ich möchte das essen. Kannst du gleich essen, wenn es fertig ist. Aber ich glaube, du magst das eh nicht. So. Dann verteilen wir das einmal hier schön in der Backschale. So, warte, komm, ich zeige euch das. Damit ihr auch seht, wie das in der Funktioniert. Sarah, Sarah zeigt euch das jetzt mal. So. Also da. Ja, schön alles verteilen. Und dann können wir gleich da die letzten Mandarinen hier nach oben drauflegen. Und jetzt haben wir schon ein siebenminütiges Kochvideo gemacht. So, das Video wird diesmal echt verdammt lange werden. So, wie das aussieht. Aber ist doch cool. Auf jeden Fall ist der Kuchen jetzt soweit fertig. Jetzt kannst du die Mandarinen hier noch drauf prümmeln, na? Kann ich mal drauf? Na? Ja, kannst du gleich, wenn es fertig ist. Mama macht jetzt die Mandarinen hier drauf. Ja, kannst du einen Löffel ablecken. Ah, lecker. Ich bin gespannt, ob das jetzt gleich wirklich so gut funktioniert. Also wir haben schon mal einen Kuchen da drin. Wir machen einen Apfelkuchen. Der hat funktioniert. Aber der war auch anders. Der hat auch einen Boden und alles. Gucken wir mal. Und jetzt ist Sarah auch mal eigentlich im Video. Die wollte da ja nie aufs Video, ne? Aber du bist auch, ja, du bist immer auf dem Video. Na, du bist schon wieder am Löffel ablenken, ne? Ganz toll. Ja. Also wenn ihr dafür seid, dass Sarah am öftersten Video ist, ne? Dann mal Daumen nach oben und schreibt es mir in die Kommentare, dass sie das auch mal sieht. Dann kaufe ich ihr nämlich auch ein Mikro. Da will sie nämlich noch nicht. Dann kaufe ich mir auch eins. Und dann, ja, auf jeden Fall, wir gucken jetzt mal. So, also so sieht es jetzt aus. Unser Mandarinenkuchen. Kann ich das jetzt mal anstecken? Und jetzt hast du gesagt, den Opti, jetzt müssen wir den noch mal einstecken. Also hier steht jetzt auf M. Auf M. Was ist denn M? Bei Stufe 2, Orange, 20 Minuten Backen. Das ist cool. Wir haben aber keine Stufe M. Wir haben einen manuellen Modus und dann nur Gradzahlen. Wie kommen wir denn nochmal zurück hier? Dann musst du den ausmachen. So. Ja, wir gucken jetzt mal irgendwie, wie das angeht. Also wir wissen nicht, wie lange. Ich würde jetzt mal einfach sagen, wir stellen jetzt mal auf 200 Grad. Da müssten wir ungefähr im Dings sein, im orangenen Modus, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Jetzt heizt der vor, ne? Und dann machen wir den einfach auf 20 Minuten. Und dann gucken wir. Und wenn das noch nicht gut ist, da kann man ja bestimmt diese Messerprobe machen. Wenn nichts mehr daran haften bleibt, ist gut. Und wenn noch was daran haften bleibt, dann ist es doof. So, also wir sehen uns in 20 Minuten wieder. Und dann gucken wir mal, wie das ganze Ding hier aussieht. Bis gleich. Kuchen ist fertig. Also er sieht zumindest fertig aus. Er sieht sogar ganz gut aus. Da muss ich ja sagen. Guckt mal. Da ist der Kuchen. Oh, es sieht wirklich gut aus. Ist zwar noch nicht so. Doch, jetzt, jetzt, guckt mal. Bleibt nichts am Messer dran. Also perfekt. So muss er sein. So. Ob der jetzt aber auch schmeckt, das sehen wir in der nächsten Folge von Helmi kocht. Nein, war ein Scherz. Seht ihr natürlich gleich, wenn wir Kuchen essen. Aber wir gehen jetzt erst mal gleich das Fahrrad wegbringen. Und wenn wir wieder da sind, dann machen wir in Ruhe Kaffee Kuchen. Und dann werdet ihr sehen, ob es geschmeckt hat oder eben nicht. So ihr Lieben. Wir sind wieder da aus Schöngau und haben Henrichs Fahrrad verarztet. Und ja, hat ein bisschen gedauert. Knapp eine Stunde. Der Reifen hat nicht ganz gepasst. Also beziehungsweise der Reifen ist jetzt ein bisschen größer. Das hat noch gepasst. Und ja, den Mantel haben wir neu gekriegt. Den, ja, was ist denn das? Von innen drin. Der Schlauch. Den Schlauch. Den Schlauch und den Mantel haben wir neu gekriegt am Fahrrad. Und dann sind wir nach einer Stunde da wieder hingefahren. Und dann kam der Chef schon raus und sagt, wir haben ein Problem. Die Halterung von der Gangschaltung hinten, die ist abgebrochen. Die ist durchgebrochen beim Abmachen. Und ja, Henrich hat sich ja damals wohl auf den Po gelegt. Und da ist die verbogen gewesen. Und beim Abschrauben jetzt hinten von dem ganzen Kleideradatsch ist das ganze Teil leider auseinandergebrochen. Und die hatten keine neue da. Ja, und das Ding zu bestellen hätte deutlich länger als eine Woche gedauert, weil das irgendwie ein Spezialteil ist oder keine Ahnung. Ich habe auch keinen Plan davon. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Die hatten noch eins auf dem Schrott und haben das da raus gemacht und von ihm einen kaputten Fahrrad abgebaut. Und haben es bei ihm dran gebaut. Und jetzt kann er wieder Fahrrad fahren. Ja, das hat schon mal geklappt. 62 Euro ärmer. Und ja, jetzt sitzen wir hier in unserem Wohnwagen, weil es riecht auch ein bisschen. Und jetzt haben wir schon hier den ganz leckeren Kuchen. Und die Sarah erklärt euch jetzt, wie gut der schmeckt und wie gut der geworden ist. Sehr lecker. Ja, ich habe ihn auch schon aufgegessen. Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, eine glatte 9,5. Eine glatte 9,5? Mhm. Warum keine 10? Mit 10? Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht noch ein bisschen Vanillepuddingpulver rein. Ich dachte, ein Halb müssen da rein. Ah, hätten wir vielleicht doch die zwei ganzen nehmen sollen. Probieren wir beim nächsten Mal. Ja, ja, wenn der Chef das nicht selber macht, dann wird das nichts, ne? Merkste. Ja. Was steht heute noch an? Heute steht eigentlich gar nichts mehr an. Also ihr habt jetzt mal einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange das Video geht, wenn es geschnitten ist. Auf jeden Fall habt ihr dann jetzt mal ein Kochvideo gehabt. Ist dann auch mal ganz schön. Wir wollten ja eigentlich noch zum Minigolf, aber das wird heute wohl bei dem Wetter nichts mehr, weil ihr könnt es ja hier so schön sehen. Es hat gerechnet. Und ja, wir gucken jetzt mal. Vielleicht geht er kurz nochmal auf den Spielplatz. Nein. Nein, macht er nicht. Der ist schon wieder brummelig. Ja, wir gucken mal. Also irgendwie ist das heute hier voll der Kochvlog geworden. Wir sind schon wieder am Kochen. So, guck mal. Blumenkohl, Kartöffelchen, Sauce Hollandaise. Und da sind auch die leckeren Steaks. Die hauen wir jetzt gleich hier in den Opti, ins Steakprogramm. Ist gleich auch vorgeheizt. Und ja, da werden wir heute Abend hier fürchtlich essen. Das soll es jetzt auch gewesen sein hier im Video. Also es wird heute nicht mehr passieren. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, Daumen nach oben. Und ja, gerne ein Abo dalassen. Und in den nächsten Tagen geht es auch noch zum Skyline Park. Das ist der größte Freizeitpark hier in Bayern. Dann wollen wir noch nach Oberstdorf in die Klamm rein. Noch auf irgendeinem Berg wandern gehen. Und wir wollen noch Minigolf spielen. Immer noch Minigolf, ne? Minigolf spielen. Sonst will ich hier nie wieder. Genau, auf jeden Fall noch Minigolf spielen. Und wir wollen noch zur Sommerrodelbahn. Und dann haben wir es auch hier hoffentlich fertig. Okay, also in dem Sinne, schönen Tag euch noch. Bis demnächst. Tschüss, tschüss.